Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Kladderzeit 2 Rums, da bin ich gelandet. Und, bin ich schon tot? Ne, noch nicht. Wieso hat der das überlebt, der Penner? Da mach ich besser. Hey, du da, warte mal. Ich schieße dir den Kopf. Danke, du schützt so gut scheiße. Wo ist denn hier los? Da geht's ja drunter und drüber. Wieso haben wir denn da nix? Gefällt mir aber nicht. Hm. Find ich doof. Jetzt sehen wir gar net, was da gebacken ist. Ja, äh, so nochmal, hallo. Oh, haha. Das war gerade ein bisschen hektisch direkt im Kampfansatz. Boah, ein Feuer. Komm, gib ihm ein. Wer war das? Wer wurde uns? Ich weiß gar nicht, wo du hinschießen sollst. So viel Action wie hier ist. Feuer. Blink, 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 blick, 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 blick. Auch du Blödmann. Gib mir Munition, ich fau Munition. klasse das hier gibt doch kein die rollen einfach alles platt die dicken banzer müssen weg wird schon angegriffen ja oder wir haben die kacke das sieht aber übel aus da kommen sie wieder ich habe mich hingeschossen der ist mir voll in den schusslinie ran der hier nie da habe ich nur eine auch wenn ich da schon alles weggefetzt konnte ich noch während diese armada hammer das ist der nächste dicke heute panzer alles voll hier ja Hohohohoho Dumme Ratte Das ist doch unser Hm Ich weiß nicht, ob mir das so gefallen soll Was ist denn hier in die Richtung? Das hat Hauptquattier von denen Was sollen wir denn hier? Was soll das sein? Ja, was soll das sein? Dicke Panzer Ja, also hier Denke ich mal Ist ja ein schönes bisschen rumzulungern Gute Landung, Chef Tag Ich und mir Hast du aber Glück gehabt Das ist ein dickes Ding BAM Volle Pulle dagegen geheilt Den gehst du voll schön mit Die ist im Eimer Wo hast du die Panzer her, Junge? BAM ein bisschen flache oh ja weg ist er komm ich fahr mit ich will mitfahren da 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 du würdest hier parken oder tatsächlich, du würdest hier parken könnte dein ernst sein was hier los ist ich verflore das Munition bei Reparatur-Kit Scheiße wieso fährt er denn bis vorne ja also man muss nicht unbedingt volle Pulle in die feindlichen Einheiten reinfahren so, wo kriege ich denn jetzt was her guckst du dir an da hinten ah je Schüsse-Treffer auch nicht du der Wacke da ist so schön offen ein bisschen zu hoch ist auch über dir ne ich will nicht hast du gleich nachgeladen erst du so oh nein wieder vorrücken auf allem bin ich da könnte die anderen Jungs zurücknehmen da du da bam weg bam weg da ich soll nicht fahr erst ein Stück zurück so tschüss so Munition so so brauchen wir langsam wieder Munition ne kam ja gerade angelatscht jo guck guck du kleines Schweinchen na wo bist du denn wo bist du denn da auch go we das die der k ist aber der munition aber da hat er doch ja Ich kann den Punkt nicht mehr, ah... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017